Johannes Baptist Lotz war ein deutscher Jesuit und Philosoph des Neutomismus und der katholischen Existenzphilosophie, Leben. Lotz trat 1921 in die Gesellschaft Jesu ein. Er studierte Theologie in Innsbruck, Philosophie in Falkenburg und Freiburg im Breisgau, unter anderem bei Martin Honecker und Martin Heidegger. Er wurde 1937 bei Martin Honecker promoviert. Nach der Promotion lehrte Lotz Ontologie, Philosophische Anthropologie und Geschichte der Philosophie am Bergmünnskolleg in Polach. Ab 1969 an der daraus hervorgegangenen Hochschule für Philosophie München, deren Rektor er dreimal war, 1952 zu 85 war er zugleich an der päpstlichen Universität Gregorianer in Rom tätig. Lotz bemühte sich im Anschluss an Josef Marischal um die Einbeziehung der zeitgenössischen Philosophie und der transzendentalen Methode Kant in, das kirchliche Denken. Insbesondere die Einsichten Heideggers versuchte er für eine Neuinterpretation der Tradition des Thomas von Akin heranzuziehen. Mit der Verbindung der ontologischen Frage nach dem Sein und der existenzphilosophischen Frage nach dem Wesen des Menschen wollte er Wege zur Erkenntnis Gottes und zur Selbstfindung des Menschen aufzeigen. Des Weiteren beschäftigte er sich auch intensiv mit Themen der Spiritualität und Meditation, Werke, Sein und Wert 1938, von der Einsamkeit des Menschen 1955, Meditation im Alltag 1963, Einübung ins Meditieren am Neuen Testament 1965, Sein und Existenz 1965, der Mensch im Sein 1967. Kurze Anleitung zum Meditieren 1973, Heidegger und Thomas von Akin 1975, die Dreieinheit der Liebe 1979, in jedem Menschen steckt ein Atheist 1981, vom Sein zum Heiligen, metaphysisches Denken nach Heidegger 1990.